Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben die Schafe ja alle im Stall und wir sind ordentlich in der Lammzeit. Also die Schafe, Lamm, wie verrückt. Ich kann einmal zeigen, wir haben jetzt die ganzen Einzelboxen aufgebaut in den letzten Wochen. Das ist einmal diese Reihe hier. Und wir haben einmal hier die Reihe, wie bereits geschildert, und dann hier auch noch. Und hier fahren wir ja dann, wie gesagt, auch mit dem Quad immer durch. Das klappt halt auch ganz gut. Dann kann links und rechts das Silo reingepackt werden in die Raufen. Und dann Stroh links und rechts und dann gehen wir mit der Forke nach. Das klappt ganz gut. Und ja, hier sind die großen Boxen. Die sind auch alle ordentlich leerer geworden in den letzten Tagen. Ja, und dann kann ich euch nochmal hier den Drilling zeigen von gerade eben. Das Mutterschaf hat gerade eben gelammt hier. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Die sind natürlich jetzt am Suchen von der Zitze. Und ja, sind natürlich auf dem Bein noch ein bisschen wackelig. Aber ja, das klappt doch ganz gut. Tschüss. Tschüss. 社itt. Sch�. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.